Im heutigen Video soll es mal um die, in Anführungsstrichen, China-Offensive in meinem Depot gehen. Ich habe mir jetzt mal grundlegend Gedanken gemacht, wie ich das ganze Thema löse. Setze ich auf Einzelaktien? Hier habe ich ja schon erste kleine Teilschritte gemacht. Zum Beispiel beim Wachstumsdepot haben wir Alibaba mit reingenommen. Oder lösen wir das Ganze mit einem ETF? Bis jetzt haben wir nur eine kleine alte Position vom Emerging Markets hier mit drin, die da vor sich hin schimmelt. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir das ganze Thema so ein bisschen langfristig und zukunftsorientiert lösen können. Los geht's wie immer, direkt nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Ja, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um China, beziehungsweise um Asien. Ich möchte in meinem Depot auf jeden Fall den Asien-Anteil und auch natürlich den China-Anteil deutlich erhöhen. Ich habe auch Einzelaktien auf der Watchlist. Alibaba ist bei mir auf der Watchlist zum Beispiel nach wie vor für einen größeren Nachkauf, weil da sieht es für mich eigentlich ganz lecker aus aktuell. Und Tencent zum Beispiel auch. Aber ihr wisst ja, ich habe ja so ein bisschen eine ETF-Offensive in diesem Jahr ausgerufen. Und deswegen habe ich natürlich auch mal das Ganze aus der ETF-Perspektive mir angeschaut und mal geguckt, ob das Ganze mit einem Emerging Markets vielleicht gut gelöst werden könnte oder ob man vielleicht noch konzentrierter in Asien reingeht, indem man zum Beispiel nur auf den Emerging Markets Asia ETF setzt. Weil man da zum Beispiel auch Indien mit drin hat, weil man da Südkorea mit drin hat und natürlich auch Taiwan mit drin hat. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe mal ein, zwei ETFs miteinander verglichen und möchte einfach hier mal meine Überlegungen mit euch teilen und dann auch zeigen, wie ich das Ganze in meinem Depot umsetzen werde. In diesem Video vergleichen wir jetzt mal drei ETFs miteinander. Der Übersicht der Habe sind es alles wieder iShares ETFs. Und ich habe mir einmal den MSCI Emerging Markets von iShares angeschaut, den MSCI China-A und den MSCI Emerging Markets Asia. Also wirklich nicht Emerging Markets weltweit, sondern wirklich nur Emerging Markets auf Asien beschränkt. Wir fangen mal mit dem ganz normalen Emerging Markets an. Und ihr seht dann hier auch zum Beispiel, dass hier China natürlich ganz groß mit dabei ist mit 36 Prozent. Taiwan, Südkorea, Indien, aber auch so Länder wie Brasilien, Südafrika, Russland, Saudi-Arabien, Mexiko und so weiter. Da es mir jetzt mal wirklich punktuell um Asien geht, sind diese Länder für mich eher störend. Und ich sehe da auch langfristig jetzt nicht so die Outperformance, muss ich ehrlich sagen, zu anderen Wirtschaftsregionen. Von daher würde ich mir in dem Fall tatsächlich den Mut zur Lücke gönnen. Ich würde sagen, komm, brauchen wir nicht unbedingt. Das Ganze gucken wir uns gleich auch nochmal an der Performance an. Aber hier sind auch die größten Positionen Taiwan Semiconductor, Tencent, Alibaba, Samsung und Co. Und zwar an sechster Position ist zum Beispiel hier Brasilien nochmal abgebildet mit einem ETF im ETF. Also hier der iShares MSCI Brasilien hier an sechster Position. Und ja, wir gucken uns gleich die Performance direkt kombiniert an mit allen zusammen, von größter natürlich riesig mit 3,5 Milliarden und natürlich auch relativ günstig mit 0,1 Prozent TER. So, dann den zweiten. Das ist der iShares MSCI Emerging Markets, aber nur auf Asia bezogen, also Asia. Da sind zum Beispiel Brasilien. Ihr seht es hier schon mal Brasilien, Mexiko, Südafrika sind hier nicht drin, sondern hier sind wirklich nur die asiatischen Länder drin. Und dadurch ist hier natürlich auch eine höhere Gewichtung von China mit drin. Ich springe noch einmal zurück, dann seht ihr das hier. Also wir haben hier 46 Prozent im Asia ETF im Vergleich zu 36 Prozent. Taiwan ist hier 17 Prozent vertreten im Asia und hier im Emerging Markets weltweit nur 13 Prozent zum Beispiel. Indien auch ganz spannend. Auch so ein schönes Ding, was man so nebenbei abdecken kann. Ist hier im weltweiten Emerging Markets mit 9,8 Prozent drin. Und im Asia Emerging Markets sind hier Indien mit 12,5 Prozent mit drin. Also fast, also 30 Prozent mehr, 30 Prozent höher gewichtet. Und das finde ich zum Beispiel auch sexy. Also hier die Top 5 sind mir hier schon wirklich wichtig eigentlich. Und von daher gefällt mir das eigentlich ganz gut. Wir haben hier 1,4 Milliarden Größe und 0,2 Prozent TER auch super. Da kann man echt nicht meckern. Top 10 natürlich höher, 37,6 Prozent Anteil der Top 10. Wir haben hier Taiwan Semiconductor mit 7,7 Prozent. Denn Tencent liegt gewichtet mit 6,3 Prozent. Alibaba mit gewichtet 6,3 Prozent. Aber das sind ja auch tendenziell die Top-Aktien, die man sich wahrscheinlich dann auch bei Einzelpositionen mit ins Depot legen würde. Und auch ganz spannend, der iShares MSCI China A, den wir uns jetzt anschauen, der ist hier auch mit drin. Also hier sind so quasi die China-Aktien aus der zweiten Reihe, sage ich jetzt mal, sind hier mit drin. nochmal mit einem ETF im ETF wieder. Also deswegen sind es hier nicht in Wirklichkeit 676 Positionen, sondern es kommen nochmal die China-A-Positionen von 481 Positionen, kommen hier nochmal in diesem ETF nochmal eigentlich mit rein von der Diversifikation her. Von daher ist das so eigentlich ganz cool gelöst, muss ich sagen. Jetzt gucken wir uns die ganzen ETFs mal im Vergleich an. Und ich habe das Ganze nochmal im Vergleich gesetzt zum, auch zum MSCI World, damit man mal grob so einen Anhaltspunkt hat. Wenn wir uns das Ganze mal direkt auf der langen Zeitebene anschauen, dann sehen wir hier auf jeden Fall, dass der MSCI World hier die Nase vorn hat. In Rot hier, in Grau ist der Asia ETF, den ich eben vorgestellt habe. In Blau die normalen Emerging Markets weltweit gesehen, also Emerging Markets Asia, Emerging Markets weltweit und in Gelb-Orange hier den China-A ETF. Und wir sehen hier auf jeden Fall was ganz Spannendes und zwar, dass die Emerging Markets an sich erstmal immer mal wieder auch den MSCI World erreichen in der Performance. Das war hier einmal der Fall und der hat nochmal dann auf der langen Zeitebene also nochmal die Underperformance zum MSCI World hier nochmal aufgeholt. Jetzt aktuell ist es wieder so ein kleines Durchatmen, aber wie gesagt, es soll jetzt nicht darum gehen, ob Emerging Markets besser sind als der MSCI World, sondern für mich soll es darum gehen, ob es wirklich sinnvoll ist, voll auf Asia zu setzen und so ein bisschen die Emerging Markets weltweit rauszulassen. Und die Frage habe ich mir nämlich mit Ja beantwortet. Wenn wir das Ganze nochmal jetzt hier anschauen, nur mit diesen beiden ETFs, dann wird es nochmal ein bisschen deutlicher, dass wirklich erstmal natürlich dadurch, dass der Anteil natürlich ähnlich ist, sich die ETFs gleich bewegen. Aber der Anteil an weltweiten, also ich sage mal jetzt Brasilien, Mexiko und Co. Ländern hier so ein bisschen für eine leichte Underperformance immer sorgt und deswegen ist es erstmal sowieso, es war ja sowieso meine Wahl, dass ich hier auf Asien setzen wollte, deswegen ist das schon mal eine gute Sache. Aber der positive Nebeneffekt ist einfach, dass man das mit einem Asia vielleicht noch ein bisschen Ticken besser abdecken kann. Also Asien an sich, wenn man das Ganze dann wirklich punktueller angeht, als wenn man dann quasi die anderen weltweiten Emerging Markets drin hat. Das wollte ich euch nochmal eben zeigen. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie findet ihr meine Wahl? Also jetzt habe ich insgesamt fünf ETFs im Sparplan bei mir. Der wird ab dem nächsten Monat dabei kommen, gleichgewichtet zu den anderen. Ich habe den Edge MSCI World Momentum Faktor mit drin, Developed Market Property Yields, Nasdaq 100 und den US Dividend Aristocrats ETF drin. Also mein fünfter ETF, also wird das Ganze nochmal ganz spannend. Dann schreibt mir das in die Kommentare, was ihr davon haltet und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.